hey oh mein freund ich begrüße dich recht herzlich zurück bei borderlands ach du grüne neuner geht ja schon wieder gleich gut los nein zurück sehr sehr schade er wartet schon der nächste gegner hey du wirst du da fach 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 sehr gut beginnt ja schon wieder die runde komm 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 machst du nicht hab ich halt mal drauf gut gestützt ist weg ich hoffe der rest der band hier auch was machen die ganzen klappi ist da die arme klappi ist steht in recht ihr werdet es eines tages noch verstehen hier sind sie noch lieb und zutraulich noch darüber sehr gut verteidigt es gibt wenigstens erfahrungspunkte wer wer öffnet das feuer habt ihr mal gechillt versteck dich nicht ja nichts gesehen gibt es noch mehr nö ja oh wildes auto wildes behigel und da will ich rein wie komm ich da hin nein gibt es da irgendwie ah ok ach so ok vielleicht später später haben wir es vergessen und dann interessiert es ja noch mehr jetzt muss ich erstmal hier den kläppi helfen jawohl ja so vamos da hey du ok dankeschön hui geschenke ich bedruck heimraum schrotglinder sniper rifle munition was ich nicht brauch ah nochmal nochmal zwei sniper rifle ich gehe mal mich entleeren danke kläppi hätte ich den machen müssen ich glaube ich bin auch so rumgekommen ok ok aber hätten wir das schöne zeug nicht bekommen gut worum ich wollte holen wollte ich da alles so verwirrend ja was sind die besten waffen weiß ich eben nicht 58 die kann weg die würde ich mal behalten die weg da müsste ich rechnen die wird dich jetzt erstmal behalten dann weg dann weg die haben ein unterschiedliches visier sieht hier aber ein bisschen cooler aus ok ja da bin ich ein bisschen schnell mit dem verkaufen gut geh mal hier durch durch klubbys geheimgang na gut sind wir hinten rum gekommen ok habe ich mich jetzt vorbei geschlichen komplett ok ok hier gibt es waffen ich habe es nicht到 ich habe es nicht到 bin ich das ist nicht到 Sitz ich werde es nein bleibt da kommt wieder her wer übernimmt die führung durch worauf er durch das finde ich nicht schön ich will doch nur tennis retten jetzt halt die frage ob das wirklich so eine gute idee ist hier hinten rum zu gehen ja eine doll waffe ich glaube es rum doll 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 hey wo kommt der her oder wohnst du da hey dude war knapp hier haben wir noch ein bisschen was versteckt ich mag versteckte sachen das heißt versteckt das sind Spinder aber die haben wir vorn nicht gesehen weil wir anders rum sind das ist an sich ok das ist eine schilder ja ok warum kann ich die nicht öffnen hey was sind das für zellen na tennis ach das finde ich auch wohl schön auch wenn man sich wirklich brauchen okay soweit eko kommandokonsole ah jetzt geben wir einmal aus aber Warum ist Tennis nicht gekommen? Geht weg! Gut geschützt, Turm ist down. Das gefällt mir. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz hier rein und schauen, was ich als nächstes mache. Weil, das bin ich mir meistens nicht so sicher. Aber das haben wir jetzt gleich. Maximale Gesundheit. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. Ein kleines bisschen mehr Gesundheit. Könnte uns nicht schaden. Das gefällt mir nicht. Na gut. Transmitter Konsolen reaktivieren. Aber warum holen wir Tennis nicht raus? Das ist ja nicht schön. Hallo. Tu mir rauf, die Schönen. Die Schönen. Die Schönen. Da kommt der Sofie da. Nein, 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 er bleibt da Warum rennt er da schon wieder um die Ecke? Das nervt Anstatt dass er mal stehen bleibt, nein Ich geh da weiter Es gibt ja keine Möglichkeit dich zu regenerieren Wie ich das hasse Die haben ja nichts drauf Ja super Komm schon, diesmal krieg ich es nicht hin Ja Okay Ruhig bleiben Gibt cool Drei Knallharte Ja so Das war's für heute. Oh, der ist doch vielleicht down. Dann ist nur ein 1-on-1. Oh nein, ein 2-on-1. Oh. Lass doch mal das blöde Skopio-Geschütze weg. Komm schon, ich will ein 1-on-1. Ab jetzt nur noch 1-on-1. Ja. Vier. Vier von den Typen. Auf einmal waren hier vier von den Typen. Why? Why so serious? Schrotflint? Hätte ich mir nur Schrotflint rangehen sollen? Nö, niemals. Crimson and Clay. Wenn du erst aufgedeckt bist, wirst du froh sein, das Beste gekommen zu haben. Japp. Probierst du dann. Ah nein, die wollte ich. Hm. Die sollen sich draußen erst mal ein bisschen was in die Ohren hauen. Solche Artefakt behalte ich. Oh, warum? Warum? warum schießt er auf mich die lassen also fakte fallen ich habe dir gerade geholfen gegen den echt wahr diese kümse kommen jetzt mehr von diesen wächtern ich hoffe doch mal nicht ich kenne doch endlich mal den verwenden es wird hier draußen nur schlimmer die waffen müssen auch langsam wieder mal besser werden gut meine muni wird langsam wenig verteidiger infanterist warnsignal elendiges geschützt elendiger verteidiger elendiger infanterist wer kräfte wasser habe ich dich richtig verstanden du kannst ein ziel an welches ziel welches verstehst du einfach so sinnlos da rum ruft rum ich greife ziel an aber wege mich nicht vom fleck okay ich bin schon mal richtig hier drinnen werden wahrscheinlich noch ein paar stecken schau da komme ich nicht raus das heißt raus da komme ich nicht durch so jetzt müssen wir zwei von diesen konsolen finden oh cool auf einmal geht's okay 121 ich auch mal schauen 121 121 welche wollte ich ja 77 schauen nachher der Geschwindigkeit ist langsamer auch wie euch die Ein bisschen minimalen Fallschaden hat man. Der ist nicht wild. So. Was sind auch wieder diese Türme? Medi-Kid. Gleich einverleiben. Geht ja nicht. Aber Säure. Hier die Säurebolzen, weil... Ich vermute gegen die Crimson... Sind die Säurebolzen nicht verkehrt? So, erste Transmitter-Konsole erledigt. Auf dem Weg zur zweiten. Da müsste eigentlich auch wieder das Echo-Netz funktionieren. Ich kann wieder mit allen und jedem reden. Puh. Da kommst du auch mit der Angel. Und helft euch. Ah, nein. Da schießt, da schießt, da schießt. Warum schießt ihr auf mich? Komm schon, komm schon, komm schon. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Okay. Sehr schön. Mensch, äh, Scorpio hat mir Rückendeckung gegeben. Ich bin alle, jetzt so... An Anfang kann ich mich relativ gut entzinnen, aber hier dran gerade... Eher weniger. Also es kommt mir gerade alles ein bisschen... Neu vor. Irgendwie, da gab es schon irgendwas, wo du gegen die... Lands und gegen die Wächter gekämpft hast. Aber so hier dran... Das entschließt sich gerade meiner Kenntnis. Wie viele Waffen es hier gibt. Ich verwende doch fast die Schrotflinten. Ich bin schon fast wieder voll. Äh, ich wollte schauen. Der hat 77. Die kennt man auch, wenn ich da die Nähele. 73. Mal eine 2. Müsste ein bisschen besser sein. Ich darf langsam um einiges. Aha. Und trifft fast nicht. Aha. Na, jetzt wird sie gerade ein bisschen schnell, oder was? Wo bist du? Okay. Kommen die alle her? Warum ist die manchmal schneller, manchmal langsamer? Die ist genauso langsam. Also ist die schon mal nicht, dass die kann ich wegwerfen. 114. Und ich auch erstmal weg. Weil ich erstmal die, außer ich habe eine bessere. Eigentlich fast alles weg, Herren. Taktiker. Schütze. Schütze. Na gut, äh, ich würde sagen, dann beenden wir das für, hier, für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Borderlands. Bis dann, auf Wiedersehen. Bis dann, okay. Bis dann, folgen. Bis dann.